Manche Tage fangen an, wie die Nacht davor aufgehört hat. Beschissen. Hashtag Katerstimmung, Hashtag so peinlich. Stellst du das gerade auf Instagram? Nein. Okay, vielleicht. Was willst du tun? Das Internet zerstören? Das Internet zerstören? Warum eigentlich nicht? Oh. Wie rügt... Wie versäure ich dein Internet? Lass mich kurz überlegen. Schritt 1. Besorgt dir eine Waffe. Es war von her. Wie praktisch. Wie soll ich dir jemals danken? Stell es nicht auf Twitter. Okay. Schritt 2. Beschaffe die Munition von überirdischer Macht. Ich leih mir das mal kurz. Schritt 3. Finde die Quelle des Internets. Kleiner als ich dachte. Willst du wirklich das Internet zerstören? Feuer. Feuer. Miau, Internet. Miau. Ich dachte, irgendwas würde pass... ...